Geografie-Facts. Rumänien, gelegen zwischen Schwarzem Meer und den Karpaten. Dieses Gebirge zieht sich einmal quer durch das südosteuropäische Land und teilt es in seine drei historischen Gebiete. Die Region Moldau im Osten, die Balachai im Süden und Transsilvanien im Nordwesten, auf Deutsch auch Siebenbürgen genannt. Insgesamt kommt Rumänien so auf eine Fläche von fast 240.000 Quadratkilometern, also rund zwei Drittel so groß wie Deutschland. Verbunden werden diese beiden Staaten durch die Donau, der wohl wichtigste Fluss Rumäniens. Sie durchfließt insgesamt zehn Länder und mündet dann im Schwarzen Meer. Darüber hinaus bildet der Fluss teilweise die Grenzen zu Bulgarien und zu Ukraine. Weitere Nachbarländer sind Serbien, Ungarn und Moldawien. Hauptstadt und größte Metropole Rumäniens ist Bukarest mit ca. 1,7 Millionen Einwohnern, gefolgt von Kluschnaboka, Biasch, Konstanza und Timischuara. Insgesamt beträgt die rumänische Bevölkerung rund 17 Millionen Menschen. Welches Land willst du als nächstes sehen? Und das waren deine heutigen...